Ethereum Classic in 60 Sekunden. Ethereum Classic ist eine dezentralisierte Computing-Plattform, kurz DCP. Das übliche Kürzel für Ethereum Classic ist ETC und Ethereum Classic gibt es seit dem Jahr 2015. Was ist das besondere in Ethereum Classic? Ethereum Classic ist, wie der Name schon sagt, eng verbunden mit Ethereum. Genauer gesagt, es ist ein Hardfork der Ethereum-Blockchain. Damals war sich die Community nicht ganz einig bei dem sogenannten DAO-Vorfall. Dazu mache ich auch nochmal ein Detailvideo. Seitdem gibt es eben zwei Blockchains. Die technischen Parameter von Ethereum Classic sind jedoch nicht allzu unterschiedlich von der eigentlichen Ethereum-Blockchain. Wir haben auch hier eine durchschnittliche Blockzeit von 20 bis 30 Sekunden. Der Hashing-Algorithmus ist ET-Hash. Und die Coin-Menge, und das ist ein Unterschied, wurde bei Ethereum Classic auf 230 Millionen Coins festgelegt. Weitere Informationen für Ethereum Classic findet ihr auf der offiziellen Homepage oder bei Twitter und Reddit. Das war Ethereum Classic in 60 Sekunden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und abonniert gerne den Kanal, damit ihr keine Nachfolgenvideos verpasst. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.